Hallo, das ist Dusselchen und willkommen zurück zu Let's Play Spyro 3. Wir sind nochmal bei Sheila, weil ich nicht verstehen kann, was hier jetzt noch fehlen soll. Komm Sheila, du schaffst das. Ich hatte doch drei Eier. Also, ich weiß echt nicht, was, also wo es hier jetzt noch an Eiern fehlt. Geht's mal ernsthaft? Ich hab keine Ahnung. Ich mein, ich kann gern nochmal hinten gucken, dann hab ich's wahrscheinlich hinten vergessen. Aber eigentlich hatte ich alles, meines Erachtens nach. Und, ja. Hier, da hatte ich doch auch alles. So, hoch. Hier hatte ich doch alles. Wo fehlt mir jetzt hier schon wieder ein Ei? Ich verstehe das nicht ganz. Was ist mit dir? Du kommst nicht rüber, weil da so viele Rhinoxes sind. Bitteschön, bitte, bitte, bitteschön. Bitteschön, bitteschön. Wie viele sind denn das? Bitte, bitte. Bitteschön, bitte, 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 bitteschön. Komm schon, sterbe mal. So. Und... Rispondi? Rispondi? Rispond nicht so hässlich. Oh, ist das denn ernst? Komm schon, guck mal. Guck mal, die sind doch... Oh. Ach so. Ja, jetzt weiß ich auch, warum sie respawnen. Ich bin ja auch ein bisschen doof. So, 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 so. Ich mach erst mal euer Haus kaputt. So. Komm, du bist der Letzte da. Wir tanzen um uns rum. Das war doch der Letzte, oder? Ja. Okay, gut. Du hattest mir doch ein Ei gegeben. Ja, hier, Ei. Nein. Das hatte ich aber schon mal. Warum wagt das so rum? Ich verstehe es nicht. Ich hatte das doch. Hä? Okay, jetzt gucken wir noch mal. Hier ist noch mal schon Speedway, hä? Hm, okay. Gucken wir mal danach. Also, ich weiß nicht, was jetzt los war. Ich weiß echt nicht, also... Wie gesagt... Ja, wir hatten das schon mal. Warum das so rumgebackt hat, weiß ich jetzt nicht. Passt schon. Aber ist halt noch mal gut. Was ist hier, Matt? Ich hab hier doch nicht alles. Hm. Was fehlt mir denn? Ich hab doch das reingemacht und bin durch die Dinger geflogen. Was fehlt mir denn jetzt? Ich probier das jetzt noch mal. Weil... Ja, wer weiß. Vielleicht ist die Strecke hier jetzt anders. Und vielleicht sind die jetzt schwerer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Wo ich hier noch ein Ei holen soll. Oder irgendwo ist eins versteckt. Das kann natürlich... Moment. Ich möchte kurz was nachgucken. Nein, nein, nein. Ich möchte nicht noch mal machen. Ja? Nein. Lass mich mal gucken. Ist hier irgendwo ein Ei versteckt? Äh, Time Attack. Ja. Ist hier irgendwo ein Ei versteckt? Muss ich hier irgendwo irgendwas finden? Och. Ich renne. Kannst du mal laufen? Reich Zwergung. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber nochmal gegen die da fliegen hier. Och. Warum muss ich sie denn töten? Schmetterlinge töten nicht doof. Schmetterlinge muss ich fliegen. Käferchen. Atomkäferchen. Ja, Atomkäferchen aus Japan. Ist hier irgendwo was? Nein, nicht, nicht, nicht. Oh Gott. Hör auf zu rennen. Ist hier nichts? Ich weiß echt nicht, wo das Ei ist. Ähm. Vielleicht soll ich mal logisch vorangehen und logisch gucken. Okay. Okay, von den Ringen kommen wir zu den Pusteblümchen. Ich möchte aber nochmal um die Höhle rumfliegen. So, wofür gibt es denn diesen Bereich hier? Hier ist nämlich nichts. Wofür gibt es diesen Bereich? Hier ist nichts. Wow. Sehr klug. Also auf dem Pilzchen könnte ich landen. Nein, theoretisch. Nein, theoretisch. Kann ich irgendwo so die Pilzchen machen? War da vorne nicht nur eins? Oh Gott, das ist ja ziemlich tief. Vielleicht auf irgendeinem der Pilzchen. Oder hier oben irgendwo. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es echt nicht. Problem. Den Pilzchen nicht, ob ich den Pilzchen nicht. Okay. Was ist mit hier? Oder hier? Sieht es aus, als wäre hier irgendwo was. Also jetzt wirklich. Ich meine, es sieht nicht so aus, als wäre hier überhaupt irgendwas. Ich habe den großen Pilz sicherlich nicht. Nee. Nee. Sieht auch nicht danach aus. Oh, jetzt bitte kein Frame-Anschluss. Hier oben? Da habe ich gestartet. Hier auch nicht, ne? Nee. Hm. Vielleicht hier unten irgendwo. Wird ziemlich fies, aber gut möglich. Hier so auf dem Pilz? Nein, natürlich nicht. So auf abgeschiedenen Plattformchen. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo ist. Ich glaube, ich muss echt nochmal ein Rennen machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ehrlich gesagt, wirklich nicht. Ähm. Hm. Dann komm. Machen wir nochmal ein Rennen. No. Ich möchte... Nein, ich möchte... Nein, ich möchte nicht. Noch mal. Näh. Immer wieder passiert mir das. Ja. 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 Nö. Nein, nicht nochmal. Okay. 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 Für den Mainz-Einversuch habe ich die Zeit eh, glaube ich, nicht mehr. Ach ja, also wenn ich den Versuch verkacke, dann... Also dann ist es auch toll und... Hallo Schmetti. Hör auf, die Dinger zu benutzen, die sind wir vorbehalten. Habe ich gerade so bestimmt. Habe ich benutzen. Oh, ich... Und wegen dem Leg bin ich da nicht durchgekommen. Super. Das heißt, ich schaff's nicht mehr. Also ziemlich wahrscheinlich schaff's nicht mehr. Erst jetzt werden. Gut. Das ist kacke. Nicht gut, sondern kacke. Okay. Fliegen wir hier durch. Fliegen wir hier durch. Um die Dinger zu benutzen. Fliegen wir hier durch. Und du da vorne wirst sie auch nicht benutzen. Ich schwör's dir. Nein, nein, nein. Arsch. Das war dann wohl wieder ein Fail-Versuch. So. So. Jo, dritter in der dritten Runde. Nee, das schaff ich nicht mehr. Besonders will die diese benutzen. Das ist nicht gut. Okay. Hui. Ja, den hast du nicht benutzt. Toll. Dann wäre ich vielleicht noch Zweiter, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe. Na. Sieht nicht da nach außen. Nee, das komme ich halbwegs nah an ihn ran. Das ist ein kleiner Trost. Und hier durch. Und ich bin Zweiter. Du benutzt das nicht. Du benutzt das nicht. Ich, 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 ich überhole. Ich bin vor dir. Das ist unfair. Ich bin vor dir. Ich bin vor dir. Ich bin... Oh Mann, no. Das ist doch so eine Dreckkacke. Wenn man eins verpasst, wisst ihr, ein einziges, dann muss ich mal eine von vorne machen. Das ist nicht schön. Na hey. Und hopf. Und hopf. Okay. Und Ciao, Sechster. Sagte Ciao, Sechster. Und hopf. Und da vorne fliegt der Fünfte. Er fliegt. Er fliegt und er fliegt auf die Ziele hinzu. Oh nein, ich, 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 ich schaffe das nicht mehr. Ich bin, ich bin so nah am Ziel. Und doch schaffe ich es nicht. Ich, ich, ich kann es nicht glauben. Ich bin ins Wasser gefallen. Okay Leute, das bleibt eine kurze Folge. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich rausdrücken habe, wie die Scherzierung funktioniert. Bis dahin. Ciao.